Willkommen zum vierten Teil der diesjährigen Sommerserie von Böttou. Ich bin Thomas Konrad, ich bin hier im Lindegartenquartier in Dagmar Selle und ich trete jetzt gerade in einer Challenge an gegen Martin Lustenberger, der um das Latten schiessen geht. Heute sind ich der Koch-Robbie vom Lindegarten. Ich schieße hier das Schiedsrichteramt beim Tonschiessen. Zwar geht es darum, dass der Querlatte drei Punkte gibt und der Pfosten gibt einen Punkt. Mit den fünf Schüssen, sollte er nach fünf Schüssen Gleichstand sein, gibt es ein Weiterschiessen bis zu einem, trifft und der andere. Der Nachschuss hat noch und dann wäre es dann fertig. Ich bin Martin Lustenberger, wohne seit einem guten Jahr im Lindegarten 6 in Dagmar Selle und habe mein Leben lang beim Sportclub Nebiken Fussball gespielt. Ja,'s, das ist ein Weiterschönen! Ich bin Martin Lustenberger, wohne seit einem Jahr im Lindegarten. Ja! 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 Okay. Das kommt noch ein Rügel. 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 Jetzt ist er satt und das Das hat auch ein erstes Drift Das ist ein gewonnen Das macht mich die Bank Wow 3 Somit haben wir den Sieger Martin gewonnen Am Anfang war das Visier noch nicht perfekt eingestellt, aber am Schluss konnte ich etwas zulegen Ich bin zufrieden, ich habe alles gegeben Ich konnte ihn gut aufholen, Bloß hat es ihm nicht gelangt Ich habe gegen einen starken Gegner verloren Und ich muss sagen, den Bruder von Fabian Lustenberger darf man glatt verlieren Man hat gemerkt, dass es in der Gna ein wenig drin hat